Moin ihr Scheissi-Biker! Ja, der Waller, der hat jetzt Urlaub. Das ist richtig geil! Hier ist das Wetter auch noch richtig gut, aber ich fahre leider nicht ins gute Wetter. Ich fahre nach Frankreich, nach Porte-sur-Laye im Mont-Saint-Châtel mit meinen französischen Freunden. Ich glaube, dieses Jahr schon das 20. Mal, dass wir uns da treffen waren. 20 Jahre, dann machen wir das schon. Ja, und danach, nächste Woche Montag, geht's direkt weiter mit den Enduro-Vibes nach Finale, also in einem durch. Alles dabei, Fahrrad dabei, Fressen dabei, Klamotten. Wobei, bei Klamotten werde ich wohl mal waschen müssen, gehe ich mal von aus. Ich werde mich wahrscheinlich jetzt auch in Porte-sur-Laye ein bisschen einschlammen. Ja, und am Montag, wie gesagt, geht's dann direkt rüber nach Italien. Da soll das Wetter top sein, tippitoppi. Also, es kommen jetzt ein paar Videos wahrscheinlich. Porte-sur-Laye, Finale. Finale war ich noch nie, da bin ich aber richtig gespannt drauf, mal gucken, was da kommt. Vielleicht was in Porte-sur-Laye auch dieses Jahr alles Neues. Wir werden sehen. Let's get lost. Geist. Was die Fuck! Ah! Motherfucker! Hey! 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 Ladies and gentlemen A new year of TES 2020 Oh Sweet Oh Oh Sweet Oh 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 Ich komme hier und mein Freund, Luke, immer muss es ein sehr schönes Kuchen für uns. Kuchen und das erste Mal die Barbequeue und dann das. Ich bin so hungry! Thomas, bring a bike! Nein! Hey, fucker! Hey, zwei Bikes! Was ist das? Thomas! Du gehst? Nein, nein, nur... Gute Nachrichten! Thomas! Hey! Gute Schutz! Eigentlich habe ich den nicht mal gehabt, den musste ich heute anziehen. Echt? Oh Mann! Ja, ich kann das machen, ja. Aber das Problem ist, dass... Ihr seht, das Kuchen ist okay, aber das Metall, der es hält, geht weg. Und dann geht es weiter und geht weg. Blü, black, dark, yellow... We... Mann, komm an! Komm an! Okay. Woher du bist? Woher du bist? Nein, nicht die Zeit. Ja, ich weiß, ich weiß, was wir... Oh, sorry, hast du das richtig gemacht? Nein, 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 nein... Nein, nein, nein... Ich schaue mich an! Okay, das ist ein Problem. Das ist ein Problem, das ist ein Papier. Wenn jemand den falschen Papier-Ton benutzt... Ich kann das nicht. Du bist ein verrückt, Mann! Du bist ein verrückt! Wie alt bist du? 52! Ah! Danke! Ist das klein? Ist das klein? Ist das klein? Bitte, bitte. Kann ich es klein haben? Ist das klein? Ich brauche ein S. Neue Kost! Geil, wie schön! Wie schön! Pinten und Bier! Wie ist es? Wie schön! Wie ist es? 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 20 Jahre alt. Women. 20 Jahre, wir sind hier zusammen, trinken Wein. Hab Spaß! Pinten und Bier! Ich mach mal Übersetzung hier, Bike & Beer, das ist der Shop von Alexey, Alexey designt auch hier dieses Bike & Beer. Also wer das Bike & Beer genauso geil findet wie ich, den Link habe ich euch mal unten in die Videobeschreibung gesetzt, Bike & Beer von Alexey. Thomas hat ja heute einen Arm perfekt, deswegen ist er auf Toilette. NOOOOO! I'm a fan! I like your singing, come on! No 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 no! Take it as a watch! Look, can you please make the wall right for us please? Please make the wall right. Look, hello, hello, look. Hi, can you hear me? You want to make the world right for us. Come on, come on. You want to make the world right for us. You want to make love with the camera. No zone, no zone. What's up here? Hey, do this together with us. Come on. Do it. Ah, ah, ah. Woo. Three, one. Woo. Yeah, do it. He's talking about it. He's talking about it. He's talking about it. Oh, I'm going to make it do. All right. Ooh, what? So, gentlemen, I wish you all a good night and a heavy good sleep. I hope you have a good time. Thank you. Have a good sleep, good night. Sehr geil, wir haben gerade gesehen, es kommt gleich ein Sturm, gegen 12.30 Uhr kommt hier ein Sturm auf oder so, so wie es jetzt nach dem Wetterbericht aussehen, wir fahren mal rauf und gucken mal, das war den Morsin, vielleicht Super Morsin und dann gehen wir mal zum Essen, gucken wir dann, vielleicht, damit dann nochmal, aber ich denke, die machen ja eher die Lüfte zu, das sieht richtig dunkelfies aus, okay, los geht's! Fucking weather, again, we're looking for the plenty. I got the power! Yeah! Ah! Whoo-hoo-hoo! Wahoo! Okay, wir haben es gerade noch geschafft, wir haben es gerade noch geschafft, aber es und Thomas ist auf dem Weg hier hin zu Fuß, oh nein, Thomas, das war ein scheiß nasser Tag heute So eine Scheiße, wohoo, fucking rain What the fuck, 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 fuck Fuck, 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 fuck Also Thomas, heute hast du schon mal nichts verpasst Das ist so alt. Boah. Ich nehme nicht die Treppe, weil... Ja, ich glaube so.